Hallo, ich bin Anne und das ist der Trailer zu diesem Minikurs, Was ist Adultismus? Das ist ein Trailer für den Minikurs, Was ist Adultismus? Und dieser Kurs, nochmal. Wenn du schon immer mal wissen wolltest, was das ist, wieso das was mit deinen pädagogischen Arbeiten zu tun hat, vor allen Dingen, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, lohnt sich das, sich das anzugucken. Ich wünsche dir viel Spaß, der Kurs ist ja gratis, also brauchst du nur deine Zeit investieren und viel Spaß. Tschüss. Klatsch nochmal. Jetzt habe ich gesehen, dass du die Augen gerollt hast. Mach nochmal. Tschüss. Puh. Untertitelung des ZDF, 2020